Wir sind gerade in Dubai unterwegs. Das ist eine gute Möglichkeit, in der Hitze die letzten Stände nochmal zu validieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich war jetzt bei dem Fahrzeug wirklich von Anfang an in die Probe involviert. Die Fortschritte über die Zeit zu sehen, macht wirklich Spaß, da tief involviert zu sein und auch dementsprechend Feedback geben zu können. Ja, super spannend. Also den Jörg Bergmeister dabei zu haben, war ein riesiger Gewinn tatsächlich. Einfach perfekt, was er uns für eine Rückmeldung gibt. Das heißt, er guckt mit der Gesamtfahrzeugsicht aufs Auto, aber kann ganz wesentlich halt im Grenzbereich genau sagen, was muss an dem Auto noch gemacht werden, dass es für die Wohnstrecke nachher auch perfekt wird. Ja, ich bin das Auto auch ausgiebig auf der Nürburgring-Nordschleife gefahren. Da auch ein extremer Performance-Vorteil. Mit der Hybridisierung ist das Ansprechverhalten fast saugerähnlich. Man geht ans Gas und es geht direkt vorwärts und das ist natürlich gerade auf der Rennstrecke immer etwas, was man sich als Fahrer wünscht. Mein oberstes Ziel, neuen 911er zu bringen, ist, dass sich der Kunde in sein Fahrzeug reinsetzt und sofort wieder in einem 11er findet. Was jeder 11er besser können muss, ist schlichtweg die Performance.